Ich habe dieses Dokument, das jede Verschwörungstheorie, die es gibt, entlarvt. In unserer Zeit ist der Ruhestandszyklus genau das, was er verspricht. Die unendliche, Blutsaugende-Zeitschleife, der wir alle folgen sollen. Man wird mit einer Sozialversicherungsnummer geboren und dann durch die Rockerfäder Schule indoktriniert. Wenn du nicht willst, dass deine Eltern ins Gefängnis kommen, musst du fleißig zur Schule gehen, wo du programmiert wirst und lernst, wie man für jemand anderen arbeitet. Nachdem sie gelernt haben, wie das System funktioniert, machen sie sich auf den Weg ins Erwachsenenalter. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Dieser Sklave hat eine Familie und bezahlt seine Rechnungen. Wenn deine Kinder alt genug sind, schickst du sie durch genau denselben Zyklus, den du schon hinter dir hast. Ohne zu merken, wie schnell die Zeit vergeht und du in den Ruhestand gehst, nachdem du dein ganzes Leben lang ein Sklave warst, kannst du jetzt den Rest deiner Tage damit verbringen, in einem Rollator oder einem Rollstuhl zu sitzen und nichts zu tun. Dies wird als Ruhestandszyklus bezeichnet. Wir alle machen das durch.